Laokon Laokon war ein Priester des Meergottes Poseidon. Vergil, ein Geschichtenaufschreiber aus der Antike, erzählte Laokons Sage wie folgt. Es herrschte wieder einmal Krieg. Die Griechen belagerten die Stadt Troja. Sie konnten die Stadt aber nicht erobern, da sie von einer riesigen und dicken Schutzmauer umgeben war. Nun wollten die Griechen die Trojane mit einer List besiegen. Sie taten, als ob sie die Belagerung aufgeben würden. Um die Götter milde zu stimmen, schenkten sie den Trojanern zum Abschied sogar noch ein großes, hölzernes Pferd. Das war aber voll mit griechischen Kämpfern. Laokon, der Priester der Trojaner, durchschaute als einziger die List der Griechen und wollte sein Volk warnen. In diesem Moment aber erschienen zwei Schlangen und töteten ihn und seine beiden Söhne. Er schaffte es noch, seinen Leuten einen Warnspruch zuzurufen, aber alles war vergebens. Die Trojaner zogen das hölzerne Pferd in die Stadt, die Kämpfer schlüpften bei Nacht aus dem Pferd heraus und eroberten die Stadt. L ist Spanisch und heißt der. Greco heißt übersetzt Grieche. Der Spitzname El Greco verrät uns, dass der Maler wohl aus Griechenland stammen musste. El Greco gilt aber als spanischer Maler, denn er hat fast sein ganzes Leben in Spanien verbracht. Und unser heutiges Bild hat selber eine kleine Weltreise gemacht, denn es hängt nun weit weg in einem Museum in Amerika. El Greco hat fast ausschließlich Szenen aus der Bibel gemalt. Aber für unser Bild hat er eine Ausnahme gemacht und eine Geschichte aus der griechischen Mythologie gewählt. Kurz bevor El Greco geboren wurde, wurde eine Skulpturengruppe aus der Antike ausgegraben, die sogenannte Laokon-Gruppe. Die Darstellung des Todeskampfes des Laokon war zu der damaligen Zeit sehr beliebt. Auch El Greco malte seine Version, nur dass er nicht Troja, sondern seine Heimatstadt Toledo im Hintergrund malte. Die Darstellung des Todeskampfes 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 des Tod